So langsam aber sicher sollten wir morgens 10 Minuten früher aufstehen, denn das ein oder andere Mal darf man schon Scheiben kratzen. Am Samstag bleibt es bedeckt bei Temperaturen zwischen 2 und 13 Grad. Mit 15 Grad ist der Sonntag der wärmste Tag an diesem Wochenende. Ab und an bekommen wir sogar ein paar Sonnenstrahlen ab. Am Montag wird es dann wieder etwas ungemütlicher. Bei Tiefstwerten von 8 Grad ist es windig und bedeckt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017